so leute ich weiß nicht ob man es hören kann aber sehen kann man es ganz bestimmt es blitzt und donnert am bodensee in konstanz eck befinde ich mich momentan ich habe es gerade noch von der bushaltestelle in die wohnung geschafft mit ein paar regentropfen die ich nur abbekommen habe das geht jetzt richtig los am himmel regeln tut es hier noch nicht und ein paar tropfen kommen runter da drüben da ist ein blitz nach dem anderen man kann sie gar nicht richtig sehen die blitze es wird einfach nur hell und dunkel hell und dunkel weil es ziemlich bewölkt ist aber seht doch einfach mal selbst so schaut es gerade am bodensee in konstanz in eck aus vom balkon wo ich mich gerade befinde ein lichtspiel ich war eben in radolfzell und da hat es gerade schon angefangen gehabt nicht so krass wie jetzt gerade hier eben habe ich gerade noch einen zug erwischt und bin jetzt eben hier mit zug und bus angekommen also ich genieße jetzt noch ein bisschen dieses schauspiel und euch allen einen schönen abend jawohl ciao ciao